dumm 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 hallo kommen soll zu zwei euro zu trache und marco der ballon fahrer wow wie ich sie hast du viele tragen gerettet spiro und wieso fängt jedes wort bursche groß an jedes wort groß an ich weiß es nicht du kannst jetzt in die welt der peacekeeper fliegen und wieso das kannst du jetzt zusammengeschrieben ich weiß es nicht bist du bereit zu den peacekeepers als go in peacekeepers welt die hatten aber kann zu finden sage ich jetzt schon aus tolle musik heilo titan Willkommen bei den Peacekeeper Spyro. Sieh nur, wie unsere Schätze gestohlen und gegen uns verwendet werden. Hol sie zurück, Spyro. Schatz, Wilde, alles klar. Am Anfang, lebt denen. Soll es die? Homeing... OP! Kabam! Homeing OP, kabam! Hose auch den Schär, nichts mit Sparks! Super. dumm du 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 ich kenne die bau nehmen ja weil ich es kann achten so verstecken spaß ist du musst jetzt feiten und mich muss kassen was muss weiter 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 jetzt wird jetzt ist die youtube video ab 18 gestalten und ich krieg kein geld mehr Ich krieg ihr kein Geld. Ich schaff mit YouTube. Burn, bitch, burn. Wack, wack. Genau. Wack. Wack! Wack, wack! 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 superintendent! unter dem ich erwarte nein das ist dazustehen danke oder auch langsam zeit die wollte ich gar nicht weiten ich meine süßigste ja versteckt sich vor pixar atyoshi oh mein gott freut ich gar nicht magnus magnum um musik ändert schon wieder nach meiner ich finde so sich das hier der der boss dieser welt ist so einfach so sieht einfach aus wie ein ganz normales aber hauptsache der post seiner warum letzt muss man noch schon ließen ein level macht den aber nicht warum denn auch mein gott nicht dumm warum muss auch dafür spielen braucht man gar nicht um das zu machen und hier ist das erste level was zum kotzen ist vielleicht niemand mag die level aber ich sind alle da und die macht trotzdem spaß auch wenn sie niemand mag die kann einfach zwei oder zu ist kein gutes spiel und ist schon level gehen das keins ein wünschen dass er noch nicht warte mal habe ich hier wirklich zwei worte übersteigen überrede sehen zwei übelsteine übersehen man ich kann ich kann ich kann nicht reden tut mir leid nee 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 das ging auch schnell ich hab ihn doch nicht mal getriggert oh hallo gute arbeitsfall macht so weiter und ihr wirst deine bestimmung erfüllen ich will hin ich trete lieber ein paar leuten in den grill einfach alle feinde und finde die schätze warten ja schön sagen diese arsche arsche das gehört das geht auch mein gott bus nein oh mein gott meins besagt mir zwei fehler und dann muss ich zufrieden und wir haben alle so fangen wir mal der ersten welt das 0 meint ich drei karton drei karton zwei kenyon warum die meisten wenn man nicht übersetzt werden weiß ich auch nicht aber es sind lustig ich habe keine lust mehr auf diese ich habe kein level auf die lust denke ist es das was ich denke ja es ist das ach Gott ich werde hier auf jeden fall mindestens eine halbe ewigkeit suchen und eine halbe ewigkeit brauchen bei diesen dingen zu töten weil ich dieser echtigkeit diesen engen passen ich habe es dann kriegt ich kann mich hören fast wie sie jawohl okay das erste schiegerisch mal geschafft geht es nicht so wusste das schwarzen spustet kann man auch so schlecht ist nichts mehr ob 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 beim daneben hallo zwei euro spiro danke konnen direktiv kommen klingt ein solches konnen hallo was oh mein gott oh mein gott spagetti überall spagetti ich habe spagetti die eigentlich spagetti aber ich muss das sagen weil mir gefällt kein spagetti nicht so ein spagetti hallo geier du auf den kopf oh mein gott was ist war schneller im harter bett das ist ein strong er uns muss man spags wiederholen spark sparky ich vox bauks 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 box 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 icebox oder bauk scheiße so gehen wir mal nach oben ich glaube ich habe ja alles im weg gestritten wird wenn ich den wiki lang gehe mag ich besser gut dass er sich gewährt hat hallo trache nein nein dass ich wohl bist natürlich ich habe es noch zwei euro gespielt wüsstest du das oh mein gott ich habe so lange auf zwei euro gespielt aber nur ins zweiten ich brauche irgendwo wieder kängel wo das sei nicht vorbei konnte du uns mein gott hast du nervig wenn man kein spaß hat ich will mein sparks wieder warte mal habe ich überhaupt keine schüsse so eine dumme idee herzukommen ok dass sie noch gelten ist auf jeden fall möglich also es war es war halt ziemlich gut fest und das ist ein feierwerks körper und die anzündet dann explodieren und hinterlassen paar jams du kannst du kannst du kippen reaktion führen also sollte man aufpassen dass man nicht bei zwei zu nach steht und die machen ja und ja sie machen auch schaden weil es in der explosion explosion sind dafür bekannt schaden zu machen ja okay gibt es die schüsse habe ich mich doch richtig erinnert oh nein oh nein du hast mich nicht gesehen gut so gut gemacht du sagst alter sack boris ich bin der geborene kleider da passt nicht so gut wie glatten so let's go ich hab's geschafft das ich hab's geschafft das war easy was da lang ich hoffe mal oh mein gott ja ich habe es geschafft das war nämlich das ekelhafte versteck maximus ich verstehe was du meinst kreis schlüsse bevorste ja mit der spiel und auf diese seite ja ich verstehe so halt auch geil das schmeckt am besten ja da krieg ich gleich nur gas muss auch hier ist geil ich wünschte das box über stich wieder haben spark in line erst mal kratzen beim hohen sagt von den christophon 20 kohl man beim baule juli beim hey 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 und zwar kbm bau mousschlitz flug oh mein gott es geht sie wir haben es geschafft und kleinen zeiten zeichen kommen schon komm schon gut gemacht spa sparks hallo sparks bei roter kacktach ja danke da müssen jetzt von 20 stunden sein was uns auch genau ist ja 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 400 vor 400 so gefällt mir das ist geil so ab nach hause ich habe gesagt wenn ich das im kopf gestern scheint sich drei kann schön dich wieder zu sehen hält dann Cornel knuscht dass j Oh, das ist die nächste Frage. so kam mal so habe ich dich okay und nochmal nachprüfen aus bei dem ich gehe aber ist erst mal in spüren teilen dass man von manchen sachen aus von manchen objekten die nichts machen noch das bekommt das geschenk bekommen nach aber uns hat band gemacht nein 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 mein gott jawohl easy es läuft richtig gut ist jetzt oh mein gott ich bin sie auf mein horn hehehehe penis zynan sagt zynan 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 jawohl dann habe ich mir ein bisschen gespart bisschen zeit wisst ihr oh mein gott so knapp oder auch nicht das war alles geplant zack oh mein gott oh mein gott bin ich heiße oh mein gott wäre schon noch scheiße gewesen aber nur beinahe deine mutter ich mache mir gemachten die kein damage das ist dick mein gott mein gott bin ich weiß er hat mich geduld deutschen zack 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 mein gott vor dem ding da kaktus du kaktusse ich mag dich nicht kaktusse du kakur man kann darüber mein gott glitzer zu gotta oh mein gott das zwischen der himmel mit gleiter und leiter und leiter und leiter und mein gott das ist ja sogar ja sexuell es sexuell belästigung panda oh mein gott ich habe das gemacht ich weiß nicht aber es ist super gut aus so ist geplant aber es war es nicht warte mal die gibt es johann hat was ist viel zu viel muss denn der rest holt wenn ich weiß auf jeden fall noch auf den dächtchen überwalt drauf muss mein gott verscheid so ein umweg fliegt als ob ich ihn nur mit springen wir erreichen kann es sind niemals so viel ich habe etwas noch übersehen ist niemand so viel auf den dächtchen niemals ich mache jetzt mal die dächtchen dann guck ich mal nach wo ich jünger sei gestern habe jetzt war ein bisschen laut da kann mako du hast den höchsten punkten klip da erreicht von hier aus gelangst du fast überall hin und wenn ich du wäre würde ich den wirbelsturm da drüben nehmen ja ich spiele da vielleicht noch tussch nehm tussch nehm sex tut mir leid je bei pixar schilder thema schuldung ist das schlechte sexpässe von jugio so präzios gekauft wurden 9 9 9 9 9 9 gut wenn wir jetzt auf den letzten dach 2 10er sind dann ist so richtig gut dann habe ich noch glück gehabt und ich will nicht so beschissen fliege ich konnte beschissen geflogen die summe trunk nach einzelner 2 10 nach wir haben 400 von 400 wir haben die auto von 20 24 20 ab nach hause aber in meiner hand wie ich jetzt will was dagegen kommt man tisch kommen wir an die vorige welt um zu gucken ob die freigeschalten ist das war ganz vorher ist was er warum man also das wo ist ja ja wo ist ein buch der ballonfahrer kaum zu glauben wie schnell die schätze gefunden hast kann man bord und fliegt mit mir in die welt der menschen kräfte ist nicht so ein menschen kräft hallo artisans comic sans ab geht's an die vorige welt das ist mir wie jedes set immer noch nicht warum funktioniert auch nicht ja das ist super behindert ja ich mag es nicht ja denn das ist komplett scheiße und da ist richtig mal kommt aber um fall abzug spielers dann haben wir es einfach schön hat ich wollte nur noch dies machen weil es kurzes naja sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dann und tschüss das ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017